Das Internet verbindet die Menschen und bringt sie über die Kontinente hinweg näher. Freie E-Mail-Kommunikation spielt dabei eine tragende Rolle. Laut aktuellen Studien kreisen täglich bis zu 97 Milliarden E-Mails um den Erdball. Davon bestehen leider bis zu 95 Prozent aus Spam. Spam, den Sie downloaden und durchsehen müssen. Für die Zukunft ist mit noch mehr Spam zu rechnen. Gut, wenn Ihr Provider bei dieser Problematik effektiv handelt. Zum Schutz seiner Kunden hat sich VarioMedia für die Anti-Spam-Lösung Expergate des Marktführers Eleven entschieden. Neu hierbei ist, Expergate blockt Spam bereits vor Eingang der E-Mail. Dazu werden in den hoch verfügbaren Datenbanken ständig Prüfsummen aller E-Mails ausgewertet. Rollt eine Spam-Welle durchs Internet, tritt diese Prüfsumme plötzlich massenhaft auf und wird so eindeutig als Spam klassifiziert. Binnen Sekunden unterscheidet Expergate zwischen Spam, Newsletter oder erwünschter E-Mail vollkommen unabhängig von Sprache und Inhalt. Die Treffsicherheit hierbei liegt bei einer Million zu eins. Das bedeutet konkret, Sie erhalten alle relevanten E-Mails, aber keinen Spam mehr. Diesen Premium-Service erhalten übrigens alle VarioMedia Kunden kostenfrei zu jedem Postfach. So bleibt Ihr Mailverkehr immer schnell und sicher. VarioMedia VarioMedia VarioMedia